Freitag habe ich Markus Fötter eingeladen für Softwarearchitektur im Stream. Markus, magst du kurz zwei Worte über dich sagen und was wir Freitag diskutieren wollen? Genau, wir planen über Domäne spezifische Sprachen zu reden und deren Verwendung und Bedeutung im Kontext von Architektur. Konkret habe ich über die letzten fünf, sechs, sieben Jahre viele Systeme gebaut, wo man DSLs eingesetzt hat, um die Fachlichkeit einer Domäne auszudrücken, also zum Beispiel irgendwelche Diagnose- oder Therapiealgorithmen im Medizinbereich, irgendwelche Berechnungsalgorithmen im Finanzumfeld oder im Embedded-Bereich, irgendwelche Steuerungslogik von irgendwelchen Geräten, solche Geschichten und da wollen wir uns darüber unterhalten. Genau und das passt, glaube ich, ganz gut zu dem Thema, was wir an verschiedenen Stellen hatten, also gute fachliche Modellierung und deswegen freue ich mich auch auf Freitag und zahlreiche Teilnahme. Bis dann. Bis deine.